Well, folks, it's time to kick it old school, yeah. Ein halbes Jahr lang hab ich mir die Haare wachsen lassen. Wer mich kennt, weiß, was das für ein schreckliches Materium für mich gewesen ist. Aber heute, heute ist The Big Day gekommen. Denn heute krieg ich endlich meine Dreads gemacht. So, Hälfte haben wir geschafft. Ich könnte jetzt so Gohan-mäßig unterwegs gehen, Alter. Ich glaub, das lassen wir so. Alter, ich bin völlig sprachlos, Alter. Danke, dass ihr alle gekommen seid, Alter. Mega Riesenschlange. Guck mal, die hört gar nicht mehr auf, Alter. Wie krank ist das? Ey, einmal hier vom Block, der einen Ecke des Blocks, hier bis zur nächsten Ecke. Hier vorne ist dann die Halle, wo der Computer steht, wo ihr Mutant Television abonnieren könnt. Was kann man machen, wenn man in einem kleinen Dorf in Holland am Strand wohnt, aber wegen des ausbleibenden Tourismus im Winter nichts zu tun hat? Man läuft einfach um den Strand, trinkt ganz viel Bier, hört 90er Jahre Techno, nennt das ganze Ein, zwei, eins, zwei, lang. Was geht damit die Bilder? Und dann! Ja, 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 ja! Dieses Hambacher Bergbauloch ist richtig krank. Das ist irgendwie so, als wäre der World Trade Center die Hand von einem Riesen, der einfach so in Erde reingeschlagen hätte. Das ist schon unglaublich, was die Menschen mit der Natur machen. Musik Musik Musik